Mit diesem Antrag wollten wir mehr Bürgerbeteiligung garantieren hier in Düsseldorf. Das Thema kommt eindeutig zu kurz. Das haben wir in dieser Wahlperiode schon oft erfahren. Bürgerbeteiligung und Bürgerinformation sind hier Stiefkinder der Ratsmehrheit. Und man muss einfach sagen, wir müssen da wirklich dicke Bretter bohren, um da voranzukommen. Eine Möglichkeit, die wir jetzt gesehen haben, war eine Online-Umfrage anzubinden, wo dann die Verwaltung dann eben auch ab und zu mal nachfragen kann, was Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger zu bestimmten Themen denken. Das wurde heute leider abgelehnt. Da sind andere viel weiter. In der EU sind Konsultationen quasi gängiges Mittel der Politik. In vielen anderen Städten wird es jetzt gemacht. Und in vielen großen Firmen ist das einfach ein gängiges Instrument, um auch mehr über die User, über mehr über die Nutzer zu erfahren.